k alter ich glaub mich den Ditor jetzt schon gar haha Jungs das macht ihr hier in Minecraft Crazy ich kann frisch von Genshin warte mal ok und woher kommst du und hier guck mal soll ich die mal hier drüber halten wer kann gut lesen ich nicht ich komm daher wo Knüppel benutzt werden ich lese auch Willkommen zum gröseligen Puppen Jimmy ist verschwunden schon wieder er könnte vielleicht einen Hinweis in seinem Zimmer gelassen haben löse das Geheimnis und bringe Jimmy wieder sicher nach Hause Jimmy so ist die Note in meinem Puppen wenn Dings Jimmy dann ist das wahrscheinlich die Sion von Dieter Jungs hier ist noch ein Meinungs- da ist ein Hammer wer will den Hammer haben du willst aber den Hammer nein ich habe einen Clown Hammer der hatte der hat doch irgendwas gesagt mit Dings hier ist doch irgendwie noch so Jimmy ja wir suchen jetzt wieso ein Jimmy was ist Jimmy das weiß ich nicht bestimmt der Sohn von Dieter da draußen läuft ein Clown rum ich bin in den pinken Rauschen voller Bett nein schade Jungs lauf doch nicht weg Max hör doch mal auf woher geht's hier ich glaube ich hab das Bad gefunden geh mal Jungs wir geh mal raus nee lass mal drinnen bleiben ich bin bei der Garage hier im Hebel können wir Leute wenn man Max also du bist ja in diesem Haus hier gewesen Noah komm mal zu mir wir gehen mal baden ok aber was wo waren wir eigentlich davor ich kam frisch von Gänchen auf einmal bin ich hier ja ich komme daher wo meine Knüppel benutzt werden ich weiß nicht jemand auf einmal da ich glaube ich nicht aber wir müssen jetzt die Dration finden und zwar dann Jimmy ich komme frisch aus dem war ich das jetzt sagen oder nicht? nein warum nicht? Jungs wollen wir jetzt mal andere Häuser mal warte mal ja wo geht's doch unter die Treppe hier hier ich hab hier Dings gefunden schon geht's wo aus ich hab auch ein Traum Samo echt? ja haha Max hat keinen hä warum habt ihr Jungs ich bin in der Küche ich bin draußen also der Regen sieht auch ein bisschen giftig aus also der Regen sieht auch ein bisschen giftig aus also der Regen sieht auch ein bisschen giftig aus ok oh mein Gott hier ist grad was Schlimmes passiert ich bin auf der Terrasse ich bin auf der Terrasse mir ist direkt was aufgefallen was denn stehen bleiben perfekt eine Aufnahme an den Platzen weiter geht's hey Jungs wie seid ihr? wir machen das Haus hier kaputt wir sind nicht kaputt nein wir machen jetzt nicht das Haus kaputt schlägt die Scheiben kaputt Alter hier lass mich mal ein Pool hier ist ein Sprungbrett man äh ich glaub hier geht's nicht raus ne das ist unser Hintergrund boing 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 doch hier ist ne Gart hier ist ne Tür ich geh raus hey wo bist denn du jetzt? boing boing ja B fits l nurses perfekt da wir gehen wir machen heimer gehen Loll Fahrräder Fahrräder ich fahr bans arm Stärken drauf aber ich hab Baucherlungen ich kann nicht soweit ne nein das macht mal Spaß so bei mir geht das nicht so gut muss ich sagen EIN i legge Also das ist Teleportationsfahrrad ach so hier geht sie nach raus Whoみたい hier eingepackt habe stand ich auch mal Jungs Eintracht ich komme jetzt Karate perfekt wenn wir spielen können wir können nicht bei der Leiter mit Ruhe die 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 wird schon genehmigen nehmen sie ist nicht drin aber da war nichts es doch weiter ist die Küche hier muss es drinnen sein es gut aber jetzt kann ich es kommen 2 2 als ich ja auch noch mal hohen wieder wieder eine Terrasse und ein Spielplatz heute und er meint sie als Spielplatz das deutsche Kinder also müsste doch Jimmy vielleicht vielleicht aber das hießen Karate Herr Wörner Schöne Garage Katrin das ist eine Red sind Ruhe fällt mir gerade auf guck mal die hier das ist eine Red sind Ruhe das ist eine Red sind Ruhe passiert nicht oh hier sind viele Drohnen hier oben hier sind wieder Red sind Dinger das Lager also hier sind Melonen ach sorry Jungs waren wir wieder auf unseren Rädern triff oder waren wir das uar noch ganz oben verabschiedet wo und du musst schon mal John ist der Runner lieber oh Leute 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 weissen die jetzt schon wieder ja heissen Jimmy da ist's nicht du bist schon einzig Schurper ich bin das einzigste gruselige hier Jungs sind seit auch in euren Rehbomber unterwegs oder was ne die gehen jetzt hoch oder? warte mal grüner Raum genau oh ich hab ne Dusche gefunden ich hab ein Schlafzimmer bei nem fetten Bett Leute hier ist grad was lang gelaufen oh nein ich geh ganz hoch hey es geht noch ein Seite höher Leute wie seid ihr hier hochgekommen ich bin im Keller der ist dunkel oh das ist schlecht da sind Monster da gehen Kinder nie Monster Monster sind wir nicht gespawnt? hergekommen gibt's da gar kein Keller wir kommen nicht ich fahr jetzt in meinem Benz rum ey warte ey wir hatten das Werk mein Fahrrad genommen ja ich glaub das war ich alter warte mal hier ist ein Dreirad nein hier ich hasse Dreirad nur wir zusammen oh John hier guck mal wir können gleich in das Haus hier rein guck mal hä? könnt ihr das? wo bist du denn? guck mal hier ich kann stunts mit dem Fahrrad wo seid ihr? ich bin am weißen Haus hi Max hi Max hä? ach da wo ist John? weiß ich nicht hier Max look it im Wald steht ein Haus ich kann stunts mit dem Fahrrad wollen wir rein nur wo ist ein John schon wieder? hier ist ein Haus im Wald hier ist ein Haus im Wald ja wer ist da Jimmy? wo bist du denn? ich weiß es nicht perfekt du bist bei wie heißt der eigentlich nochmal hieß er Tim? oder hieß er Tim? jimmy das ist gut jimmy 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 das ist ein Hexenhaus grüne grüne Flammen ich mach die schnell aus halleluja jimmy steht drinnen drauf jimmy muss ohne mich losgegangen sein ach hier ist Leute ich hab ein Buch read me jimmy ich geh um mir das merkwürdige Haus unterhalb des Feldweges anzuschauen trifft mich dort ah John ist glaub ich dort hä warte mal Feldweg ist aber hier ist doch gar kein Feld in der Nähe doch es gibt einen Feldweg hä? warte mal wenn ich sterbe hallo hier sind Süßigkeiten ich hab mir Kamera ich auch hier sind Süßigkeiten Alter das ist echt creepy ich bin hier alleine lol ich höre hier ne Stimme ey kennt ihr diesen Candy Dings? ja die sind die das ist der äh das ist der Weg der Waldweg ich lauf da grad lang ich kann nichts mehr kaputt machen ach das ist das Haus oh mein Gott ich seh nichts mehr ich seh nichts mehr ich seh nichts mehr ich schon ich seh auch alles ich bin irgendein Haus drinne Hilfe ich hab nen Kameramodus Hilfe wo seid ihr? ich such dich ich such dich ich bin im Haus kannst du mich kannst du mich bitte erstmal finden ich bin hier in irgend... ich such euch hier ist im Friedhof ja genau ja genau Noah ey Max Alter Alter wir haben diese Kamerascheiße warte mal da ist so ein Haus ich hab mal die Kamera ausgemacht keine Ahnung dort in das Dings in dem Friedhof du musst das Feld nehmen Lass es in Sicherheit lieber aufnehmen ok wo ist denn das? das ist äh im Friedhof da sind Süßigkeiten das war bei dem weißen Haus und dahinten war dann so ein Dings da nur ich war nur anmerkend ich bin gleich tot ne und du boxst dich einfach äh ja könnt ihr mal bitte warten ja wir waren hier wo 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 also ihr sagt ja da ist ein Feldweg ja wo ist denn dann ein Feldweg bei dem weißen Haus links daneben also wir waren bei dem Lila Haus ne ja da ist doch daneben ein weißes Haus und da ist so ein Feldweg sozusagen mit Gras also mit Bäumenblättern am Friedhof oder was nein 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 bei dem Lila Haus wo wir waren äh da wo es in den Wald reingeht oder was geh mal zu dem Lila Haus zurück ja es gibt ja viele Lila Häuser hier nur da wo wir gelootet haben wo wir die Scheiben zerstört haben ja bist du da ich bin jetzt auf diesen schwarzen großen Ding wo wir mit den Fahrrädern drüber gefahren sind und da ist das Lila Haus wo wir unsere Fahrräder abgestellt haben ja und dann gehst jetzt daneben das weiße Haus ne links daneben oder rechts du gehst nicht da rein äh guckst du grad auf das Lila Haus drauf ja dann rechts ja da geh ich rein nein 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 du gehst nicht rein du gehst daneben links da ist so ein Feldweg ja da ist daneben links so ein Feldweg und ihr folgst sie und dann sieht das aus so schwarz mäßig und da ist ein Haus drauf da musst du reingehen bei mir waren Süßigkeiten da ne aber die auch aber die hab ich nicht mehr aber da geh ich jetzt so nicht ja ich hab auch Hunger habt ihr auch Hunger ja ne da aber da ist so ein schwarzes Ding das ist so schwarz mit gehören siehst du hier ist er da ist er Jungs mit dem rein also nur er geht voran Phasmophobia Style aber hier guck mal ich klingle das ist aber echt unhöflich von denen wollen wir mal außen rumschauen naja jetzt würde wir den Rest rum wir machen Geheimagenten oh jetzt kommt der Profi Alter hier ist ein Riesenstuhl oh lol da sehe ich mich finde ich den Schlüssel und weiter ins 2. Stockwerk aber wir müssen erstmal hier reinkommen guck mich mal an bitte einer ja hört ihr das? ne hä komm mal her Max doch irgendwas rollt der dicke rollt Leute da bewegt sich was wo? vor mir könnt ihr da rechts hinten sehen so da rechts hinten da bewegt sich was ja es ist eine Uhr oder sowas das sieht nicht aus das ist eine Uhr die bleibt ja jaja komm alter ich bin froh nicht mehr alleine zu sein ich dachte ich hab das falsche haus betreten und bin gleich tot sag ich euch sehr wie sie ist wir doch hier ist das hier hier ist doch bestimmt der Schlüssel drinnen nein was drück dich alter der war gerade eine Puppe drin hey wir und dagegen geklopft soll ich runter gehen Jungs? ich habe direkt den keller gefunden warum habt ihr alle die kamera die stadt warte meine töchter sind für mich verloren alles was ich habe sind ihre puppen die puppen aber brauchen freunde mit denen sie spielen können ich werde also weitermachen und es gibt sie von einer puppe mit einem schlüssel und nur also guckt dass selber das bildern hier gut das bilder er ist gut alter und jetzt die normale musik von minecraft alter haben wollen wir das tagebuch behalten da muss ich eine puppe warte mal die puppe hat mir doch gerade gesehen die sei doch genauso aus sie gerade stand ich habe bei schicker und ding süßigkeiten weil ich gebe euch hier zeug wieder nein hier guck mal lol man kriegt herzen wenn man die ist perfekt komm ich auch wer will wer will meinungs noch geht immer voran deswegen wäre es klar am besten wenn er die meinung zu starken hat klappt die jetzt ist ein junger markus norocke da hat eine fresse du hast einfach nur angst und kannst es auch zugeben wo seid denn jetzt schon wieder hin hier oben läuft was hier oben läuft was hilfe 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 ist das diese puppe alles gut wir looten erstmal hier stimmt ist hier noch irgendwas Aua ist nichts mehr Jungs ich gehe voran ich sehe nichts naja dann geh aber auch noch was ist der puppe komm ran Dio hä da war ne puppe warte mal hier ist ein Knopf hä wo ist Noah da wollen wir den Knopf drücken aber warum macht man da einen Knopf oh die Jungs das ist doch hier nicht alter warte mal können wir uns hier hinsetzen so ich setz mich hin ich setz mich auch raus ey warte mal wir waren im Lager warte mal hier ist noch eine Truhe noch mal Süßigkeiten und Stein und Brot Jungs nehmt euch raus nehmt euch raus hey Jungs wo seid ihr wo ist das Brot das ist hier Brot 1 Steine die man werfen kann ich hab die Hälfte mal rausgenommen von den Stein und da sind noch Süßigkeiten drin können wir die Fenster einsch ach es ist der hat nicht mal Fenster hier lass links rumgehen oder nein ich bin rechts rumgegangen was darf man dann was darf man dann besser aus die Bilder ne alte die Uhr ich hab ein Bild kaputt gemacht die Uhr dreht ah gut die Uhr ist kaputt klopft klopft herein hat grad schon hast du grad geklappt Oh komm raus ah wie werfen denn die Steine denn keine Ahnung gibt's die geheißen vielleicht ist das ja wie bei äh hier wie heißt das mit nem Kackebaby oh Junge der ist nichts nur wo ist das Kackebaby das sieht alles genauso aus Leute die ist noch meinungsverstärker ich bin ich bin doch ich bin immer vorne ran kann man hier rein alter ich bin jetzt voll mit Herzen ne Büro des Puppenspiegel ohhhh Jungs Hinten Hinten Jungs Ah Abfohren Jungs Verlass mich nicht bitte Uahhhh 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 Ich hab' gefeiert getöt Loach ich verhindert ihr Renn Dich Echheh 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 Üahm trzeh Echheh Guck mal, ich hab ne Schleuder. Was bei Max? Warte mal, wir brauchen den gelben Schlüssel. Ja, du bekommst den. Weil ich hab ne Schleuder jetzt. Perfekt. Blasst denn alle das Brot drin, Digga? Ich hab jetzt schon 45. Ich hab 2 und 3. Ich glaube, man verliert. Aber wo ist denn jetzt der gelbe Schlüssel? Warte mal, ich schlag jetzt mal die... Wir brauchen einen gelben Schlüssel. Noa, noa, komm, 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 komm. Komm. Schade, der ist schon wieder da. Ich wollte abhauen, Digga. Hey, gelben Schlüssel brauchen wir. Blutis 2, ja, hab dich schon. Ja, ich hab doch schon. Blutis 2. Ich hab grad vorgelesen. Wir brauchen einen gelben Schlüssel. Hier ist noch was, Bart. Ich geh ins Bart, rein da. Ja, da war ich doch grad drin, da haben wir das Vieh getötet. Na gut, dann gehen wir jetzt zurück. Rechtsrum, so ein Ding ist das. Warte mal, Jungs. Renn einfach weiter, renn einfach weiter, renn einfach weiter. Renn einfach weiter. Warte, Lager, Abfahrt. Was, die sind, wo seid ihr denn jetzt? Ah, ne, hier kommen wir her. Geh wieder raus. Hier kommt vom Lager. Warte mal. Ne, hier ist nichts. Es könnte auch schon Geheingang gehen. Wollen wir mal alle Gemälde mal hier abmachen? Wollen wir mal alle Gemälde mal hier abmachen? Ja, wir müssen nur die Realistin Gemälde eigentlich abmachen. Oh. Only pressure. Ich mach einfach alle ab. Vielleicht ist es irgendwie so ein Buch oder so. Also, ich glaube, das hat irgendwas mit dem Schrank hier drin zu tun. Boah. Ich hab keine Ahnung, was der macht. Leute, was ist hier drin? Wie viel her. Wollen wir hier nicht so ein Buch machen? ions? Ja. Ich hab keine Ahnung, was weiß ich. Was ist hier drin? Ich hab die Elvis. Die機能 ist günstig. ich fühl mich an wie Teenie Wigner, weil ich höre es gemäht er auch Ich hab'n! Ich hab'n! Ich hab'n! Ich hab'n! Wo bist denn du drin? Hey, wo war'n der? Ach lol Abwarten, mach' auf! Ich hab' meinungslos stark an der Hand Will die noch umgebeter? Ich zieh' schon Ich zieh' Kommt, Alter! Alter! Ah, Jun! Alter! Alles gut, Jungs! Mal kurz zweimal Hitsch! Ich hab'n wieder! Kommt noch einer! Das war jetzt, ey, Scheiße, von dir! Ich will schießen und dabei mal rennen! Achso, du brauchst keine Puppe Ach, Jungs Scheiße, jetzt brauchen wir einen blauen Schlüssel, oder was? Leute! Warte mal, hier ist ein Raum mit Kamin Notiz 3 Die tut mir gar nichts! Lass' ich... Ich hab'n' nicht mit Möchse Du Scheiße Puppe! Ich hab'n' NOTE 3 Da... Ey, da ist schon'n' Vieh! Meine Mutter hat mich vor dunklen... Kunsten gewarnt, ich Aber vermisse einfach meine Töchter Gerannt... hier hier kannst du trank schon ist einfach weg schau mal hier ist der hase ich habe einen schlüssel wurde schon entführt also ich brenne ich sterbe also irgendwie scheiß so viel ist das scheiße wo bist du ich bin immer noch hier alles gut hier guck mal warte mal hier steht noch was ist es so unheimlich und böse um mir Freunde zu bereiten jetzt sehe ich wie sie rennen und spielen aber sie haben noch nicht genügend Freunde hier guck mal das ist von den Hasen ich habe es auf dem blauen Schlüssel hier ne nice aber wo ist schon? John ist weg ja der hat disconnect ah moin hallo nein warte 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 schon wieder drauf kommen dann findet man ja das ist das ist Improvisation ich habe die ganze Zeit von der Puppe gestanden und dann hat die mich gekillt und dann ist mein Internet ausgegangen ich habe schon blauen Schlüssel John versteck dich irgendwo wenn du dich irgendwo verstecken kannst hier kann mich nicht verstecken John ich gebe dir hier noch das Buch das habe ich gefunden soll ich vorlesen oder habt ihr schon? ja ich habe schon aber ich habe schon den blauen Schlüssel wo brauchen wir den denn? ey 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 warte 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 wir machen das John chillt hier warum? Improvisation was für Improvisation wir machen doch die ganze Zeit nichts mit Story Junge doch wäre perfekt gewesen ja wahrscheinlich wir sind die ganze Zeit rumgerannt Junge ach was für da alles gut ich aime wieder vor Hase oh rennt zurück ja alles gut wir haben ihn ey 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 beruhig dich mal wieder beschlagen ich aime wieder vor oh ne Puppe Alter da kommt mehr da kommt mehr hey Jungs seid ihr? red key ja stockwerk 3 hier ist ne Lytra irgendwie werden die Räume auch irgendwie eng oder ne? mhm Zeit Halle oh hier ist ein Bär drinnen bei der Halle kann mir jemand helfen? Notiz 4? Notiz 4 Jungs? LOL wollen die hier aufgehen? So Jungs ich sehe euch das jetzt vor ich habe all diesen Freuden für meine Kleinen Clara und June gemacht jetzt rennen alle herum und spielen das bereitet mir so viel Freude das ist ein Clown ein Clown ist ja drauf aufgebildet ich kann ihn kaum erkennen jetzt wollen wir den was war es rot oder ne? oh mein Gott was ist jetzt passiert das Mann das war Alter Alter woher kommt denn der? der hat die Tür zugemacht John du bist alleine hä wo ist denn der? woher kommt denn der auf ehemal? das ist der Schenderer Alter Alter woher kam der auf ehemal? der kam hier langgelaufen und ich habe den nur gesehen Steine wieder Alter mein Meinungsversteiger ist gleich kaputt ich habe noch mal eine Schleuder so ich habe mittlerweile ich habe einen Hammer haben wir den roten Schlüssel? kann ich jetzt den Meinungsverstärker? wo waren wir rein? ich geh in die Bibliothek du gehst den Schlamm okay dann andersrum der ist nicht in der Bibliothek hier ist ein Meinungsverstärker ich habe gepennt Jungs du hast das schon noch einen oder? ja aber der ist kaputt meiner ist auch fast kaputt aber ich habe ja jetzt einen Hammer ich habe eine Schleuder habt ihr jetzt den roten Schlüssel? Jungs wenn ihr wenn man Steine möchte hier liegen ne die bringen uns nicht die können wir nicht so werfen also ich habe probiert schon in der Bibliothek da habe ich jetzt nichts auf Anhieb gesehen tatsächlich ja ein Trank wer möchte also einen Bonbon ja ich brauche ich brauche hier ist noch eins ist gut haben wir den roten Schlüssel gefunden oder eher nicht? nein der war auch nicht im Schlafzimmer der ist bestimmt hier in der Halle ich höre was ich habe ihn ja ja Alter ich habe jetzt nur einen scheiß Bonbon und sonst ah ihr wollt nur dass ich äh Schneider dort bin ne? ja ja ich erinn wieder vor Jungs? ok dann renn halt einfach vor ja Alter Alter was kommt denn jetzt? was kommt denn jetzt für Rassen? ich schwamm ich schwamm ich schwamm ich schwamm wir retten alle hinterher ich bist halt fame Noah Alter Junge Alter Junge ich bin in den Raum direkt drinnen man steht gerne grün scheiße jetzt ist auf einmal Notiz ich habe Meinungsverstärker Jungs wer braucht Meinungsverstärker ist nicht Warte wir warten den kurz ausreden eine der Puppen hat es beim Spiel etwas zu weit getrieben ich habe sie deshalb verzaubert nun gehorcht sie mir ja und da ist der Typ abgebildet der uns von uns gejagt hat nice habt ihr schon ne Schlüssel? nein Noah das ist nicht so schnell wie du denkst hier ist es extra dunkel hier ist wieder Brot und Steine ich nehme das Brot wie immer wie viel Brot hast du denn jetzt schon gesammelt? ein Stack und nen halben das muss hier sein reparieren und benennen ich habe keine Verzauberung ist was ich wollte ihnen doch nur Reparatur geben Hä? ich habe den der war im Ofen ich glaube aber der Hammer macht mehr Schaden als jetzt können sie kommen auf geht Steine macht sehr viel damage diese Hasen sind easy aber diese Dings nicht John Jungs es geht nicht höher ich bin in der Raum drin Moin Moin Leute hier werden wir vorriechen Ah ich mach hier gehts nicht höher hier gehts nicht höher ich habe noch einen Hammer gerade ich habe einen Zauberspruch gefunden um mich selber schrumpfen zu lassen zwar kann ich jetzt das Puppenhaus betreten aber auch mit so vielen Freunden fühle ich mich sehr einsam Jungs wir können hier rein ne dann geh auf Tinder Wer wird eröffnen? alles gut nein wir waren wir sind ganz viele Bonbons wir kriegen ganz ganz viele Bonbons ich habe fünf ich habe schon ein Stück ich habe vier ich habe sechs dann nehme ich mir dann nehme ich mir dann nehme ich mir dann nehme ich dir den Rest euer Wichser Alter da ist Jimmy glaube ich wo ich da vorne er hält ihn fest Hilfe Alter warte mal Spawn hier immer wieder die andere Viecher Alter das ist der Schendro das ist dieser neue Horror Film kennen die noch was warte mal hier sind doch überall Truhen Jungs ne wir sind Süßigkeiten wir sind überall Süßigkeiten warte mal Spawn hier praktisch auch mal wieder ja Spawn hier das ist der Schendro wie gesagt oha oh nein ich werde wegrennen ohoh pass auf ist geil Alter wie viel hat denn der das ist der Modenkobel du machst die alle doof mich aggressiv wie ein Fieber ey die ganzen Puppen Junge ohoh Junge nein nicht verlassen ich hätte fast verlassen außer sein das ist der Schendro ich hab ihn Hä? Jungs hör auf auf ich dich schießen ich hatte Angst nimm doch deinem Freund hier ist jemand tot hä aber hier ist der Dr. Schendro nochmal aber hier ist er tot da ist er guck mal hier das ist Jimmy bestimmt ich hab ihn geschlagen oder vor einmal wir müssen Jimmy retten oh perfekt hey hier ist noch hier ist noch eine Schleuder wer möchte das geschafft in der Truhe hier Max möchtest du eine Schleuder haben? nein doch da da drinnen nehmen wir eine perfekt du 40 easy energy geschafft weiße ich auch du bist aber auch das erste Mal gestorben du Trottel hä aber warum können wir den jetzt Jimmy nicht? ich töte jetzt hier die Puppen ich hab auch wieder ne Puppe vor mir haha ich hab ne Schleuder du kannst mir gar nichts hä aber warum warte mal müsst ihr den irgendwie so befreien war das echt dumm von uns also von mir dass ich ganz unten hin gewesen bin ja oh noch mehr warte mal ich hab gleich keine Steine mehr die ich schießen kann das ist nicht gut hi Noah das ist ja jetzt jump and run oh das soll aus Versehen ich hab ganz viele Bombombs only pressure hä aber wie sie können doch gar lol da ist ne Leiter ja hab sie schon gesehen ich bin da only pressure Trottel falsche Leute ich seh's nicht ich bin ich klein Junge und ich bin auch nicht mehr bei euch he 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 das war's wer seid ihr? aber also willst du mir jetzt sagen das war's ich werd heute nicht mehr schlafen können das war's ich hab ihn getötet gehe und befreit Jimmy aus seinem Käfig hinweis ne ne ich dachte wir haben den noch verfreit nein ich hab ihn getötet da ist er du futzer wir haben ihn doch hier wir sind schon weg wir haben den schon befreit bei uns bei mir bei mir nicht bei mir ist Max schon da und wir der schießt das schwarze Kindchen ab was hier oben sitzt alter das ist Jimmy ey ich kann ihn nicht befreien ich kann ihn nicht befreien du hast einen Like auf Instagram und stelle ich vorge danke für diesen Gastauftritt von Noah und John Madrid ist scheiße euch sagen tschau Leute